Spieltag 12 am Black Friday. Wo gibt's den besten Deal? Let's go! Ich bin Kessem, euer Liganzider. Wir machen uns heute ein bisschen knackiger. Und da sag ich einfach nur, euer Support ist big. Und damit gehen wir rein ins erste Match-Up. So, und ich zock hier wieder gegen die KI und die Redaktion. Ihr kennt das hier aus meiner Tipp-Show. So, und wir starten mal am Millern-Tor. St. Pauli gegen Holstein-Kiel. Aufsteiger im Duell hier, im Nord-Duell. Platz 16 gegen die 17. Ja, auch eine richtige Keller-Party. Das wird laut heute. Das wird intensiv. Und für Kiel geht's um alles. Man sieht gerade gegen die Top-Teams, da sind sie wirklich komplett chancenlos. Der Coach stellt sich nicht vor die Mannschaft. Auch das haben wir gestern gehört beim Game-Challenge am Donnerstag. Packe ich euch mal schön hier in die Shownotes. Brian hat da einen zum Besten gegeben. Auf jeden Fall abchecken. Und Pauli zu Hause. Respektabel. Gegen RB Leipzig. 0-0. 0-1 gegen die Bayern. Da auch immer teuer verkauft. Und es wird Zeit für St. Pauli für das erste Heimtor. Heute kracht's. Gilavogi, wo bist du, Junge? Afo-Layan. Das ist mein Junge. Young Lad from England. Und auch vorne Eggestein. Der hat bisher auch noch kein Tor. Einzige Tore kommen hier aus dem Sturm von Ola. Und das ist hier auch mein Mann Afo-Layan. Der muss es heute irgendwie richten, beziehungsweise dann die anderen beiden in Szene setzen. Letzten drei Spiele zwischen den beiden habe ich mir mal angeschaut. Das sind alles Pauli-Siege mit vielen Toren. Dafür sprechen auch die Tore in Großchancen. Da lässt Kiel super viel zu. 36 Stück. Das sind drei pro Spiel. Und das ist ein super Matchup eigentlich für St. Pauli. Nur, die spielen sich halt nix heraus. Das ist halt die Kacke. So, die spielen sich 14 Tore in Großchancen heraus. Das ist zweitwenigsten der Liga. Heute müssen sie. Hat natürlich auch schon ein paar Top-Gegner. Deswegen ist es dann auch immer schwer. Und daher wird das für mich. Aber heute leider auch ein Low-Scorer. Das sage ich auch. Ich habe hier 1-0. Wir sind, oh, St. Pauli. L-I-K-I. Ist nicht St. Pauli. 1-1. Hau ab. Und Redaktion mit einem 2-0 dabei. So, Spieler des Spiels im Nordduell. Das ist from Australia. Jackson Irvine ist für mich mit Smeet hier der Anführer. Der kann hier Kiel richtig wehtun. Das glaube ich. Formen sich gut bei ihm. Beide Assists auch gegen Hoffenheim geliefert. Und macht er ein gutes Spiel. Gewinnt der Kiez-Club. So, damit gehen wir weiter. RB gegen die Wölfe. Das wird für mich ein zäher Kick. Das sage ich euch schon mal hier vorab. RB ist kein Top-Team. Das haben wir gesehen anhand der letzten Ergebnisse. Das sehe ich auch in der Ballbesitz-Statistik. Da sind sie auch wirklich nicht formidabel unterwegs. Vier Tore gegen Hoffenheim kassiert. Klar, das war ein neuer Trainer. Ein feuerformiertes Team. Aber da haben die Jungs sich von Marco Rose einfach überrollen lassen. Haben sogar dreimal geführt. Und gehen dann trotzdem ohne Punkte nach Hause. Mir gefällt besonders gut hier gerade Nusa. Der macht sich gerade im Bereich kreierte Großchance. Das ist schon die Platz 17 hier. Und Schnittstellenpasta fehlt hier. Xavi, Simmons vorne wie hinten. Der fehlt da einfach überall. Gerade natürlich im Offensivspiel. Nusa wächst langsam in die Rolle rein. Aber das bedarf auch noch Zeit. Was er aber gut macht. Gefällt mir schon richtig gut. Das Flankenspiel. Auch da ist er richtig gut am Ball. So, es ist vielleicht sogar schon Do or Die Spiel, was ich hier medial so lese. Gerade nach der Mailand-Pleite ist es vielleicht schon das wichtigste Spiel vielleicht für Marco Rose der Saison. Haidara wäre wichtig für den Bereich Schnittstellenpässe. Da sehe ich ihn vorneweg. Da hat er mehr Qualität als Vermehrin. Und deswegen hoffen wir mal, dass der aufgeboten wird. Wir haben ihn auch aktuell in der VA drin. RB rettet Rose 1 zu 0. L-I-K-I, Insider-K-I, 2-1. Und Ui, Redaktion geht hier auf die Wölfe. Wäre wahrscheinlich gleichbedeutend mit einer Entlassung. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich gehe hier aber auf den Kapitän Willi Orban. Das ist hier für mich der wichtigste Mann. Ballbesitz. Ja, die müssen das Spiel kontrollieren, die Leipziger. Spielkontrolle. Und nach Open, da ist er da der beste Mann. Auch der beste Torschütze tatsächlich mit Seshko. Beide da drei Tore. Und Form und Matchup, beides game ready mit Willi. So, Bremen gegen Stuttgart. Da mache ich es kurz. Bremen wirkt für mich ganz engagiert gerade. Das macht mir richtig Spaß. Spielerisch gefällt mir das richtig gut. Auch sehr stark gegen gehalten gegen die Frankfurter Eintracht auswärts. Stuttgart gegen Bochum. Die haben sich schwer getan in meinen Augen. Auch wenn es dann souverän hinten raus aussah. Aber Bremen mit der Heimkulisse. VfB lässt die drittmeisten Tore in Großchancen zu. Bremen muss sich einfach mehr Abschlüsse erarbeiten. Wie bei Stromberg, haben wir gehört. Deswegen gehe ich hier mit dem Abschluss. Ich sage 1 zu 0 für die Werderaner. L.I.K.E. Ja, ja, die gehen hier gegen mich. Gegen auf den Favoriten 1 zu 2. Und Redaktion ebenfalls hier beim VfB. So, mein Mann fürs Spiel, das ist Käpt'n Friedl. Ich gehe hier nochmal mit dem Kapitän. Und hinten muss er den Laden abschließen. Und vorne dann ein Reindonnern. So, SC Freiburg gegen Gladbach. Das sind für mich so zwei Teams der Saison. Die stehen eigentlich ganz kurz vorm Top-Team. Kurz vor der Schwelle. Aber gerade beim SC, da knickt das dann doch wieder Richtung Top-Team eher zurück. Also, das geht gerade eher Richtung Flop-Team. Drei Spiele jetzt kein Tor geschossen. Das ist schon eine kleine Minikrise da bei den Schusterjungs. Gladbach jetzt zwei Spiele ohne Gegentor. Also, vielleicht ist es auch das Spiel der Gegensätze. Fünf Spiele sogar übergreifend ungeschlagen. Die Gladbacher. So, XGs kippen hier pro Freiburg. Da sehe ich eine 1,67 zu 1,19. Ich kippe das aber auf den Unentschieden tatsächlich. Weil ich Gladbach, da spüre ich gerade irgendwie so den Geist, den Esprit. Ich habe hier immer 1 zu 1. Li Maschine 2 zu 1. Und Redaktion geht hier auch mit dem Favo-Fantipp 2 zu 1. So, mein Spieler kommt aus Italien. Der ist gerade vielleicht nicht in der Top-Form. Auch schon ein paar Elfmeter hier verballert. Auch gegen Union. Aber das Freiburg-Spiel steht und fällt mit ihm. Das Match-Up sehe ich gut. Gerade da gegen die Gladbacher rechte Abwehrseite. Die lassen da doch mal schon was zu. Skelly und Leiner auf rechts habe ich da im Blick. Deswegen ein gutes Match-Up auf jeden Fall für Vincel Grifo. So, Augsburg gegen Bochum ist hier Gruselpartie-Style. Bochum gegen Leverkusen. Top. Gegen Stuttgart. Hopp. Ja, zwei Schüsse aufs Tor gebracht. Das ist dann zu wenig. Und die haben wenig individuelle Qualität, wie ich finde. Vielleicht kommt Bernardo zurück. Wir haben ihn mal schon mal in die VA gedreht. Ganz spannend. Für mich da nur die Frage, wie fit ist der? Ja, das ist ja auch mal entscheidend. Hacking auf der PK hält sich da noch bedeckt bezüglich Bernardo-Einsatz. Augsburg ist zu Hause cool. Das sehe ich. BVB geschlagen. Gladbach geschlagen. Personalnot kickt auch gerade rein. Giannullis rückt raus. Und auch Schlotterberg. Das sind hier zwei wichtige Instanzen, die hinten ausfallen. Matt Siemer macht sich da sehr gut. Gefällt mir gerade richtig gut in den Daten. Finde ich, ist ein spannender Prospekt hier. Und Bochum ist statistisch einfach eine offene Scheune. Also, meisten Schnittstellenpässe zugelassen. Meisten Tore und Großchancen zugelassen. Und Augsburg ist clever genug, da was rauszureißen. Also, habe ich hier mal 1 zu 0. Augsburg lockt in. KI lockt in, loaded 2 zu 1. Und Redaktion 1 zu 1. Ja, glaubt hier auch an den Hacking-Zauber. So. Claude Maurice ist der beste Mann im Offensivbereich. Der Augsburger. Frag mal nach im Gamechanger. Er entscheidet, wo das Spiel hingeht. Letzten 3 Spiele etwas abgetauchter Taucher-Style. Aber der ist ready für Bochum. So. Und Union gegen Leverkusen. Stellt alle Leverkusener auf. Das ist mein einziger Tipp. Obvious hier. Aber die kommen jetzt endlich wieder in ihren Invincible-Modus. Das gefällt mir richtig gut. Siehe Heidenheim-Match. Siehe Champions League. Jeweils 5 Hütten mal eingeknallt da. Und Alonso kann mal wieder ein bisschen durchatmen. Waren doch auch ein paar hektische Spiele und Wochen für ihn. Und jetzt verschafft er sich mal hier ein bisschen Luft und Ruhe. Union Ball ist wenig Ballbesitz. Und dann eiskalt zuschnappen. Leverkusen sehe ich hier mit viel Ballbesitz. Entsprechend. Die werden das Ding hier nach Hause cruisen. Das sehe ich auch. Und es wird eng am Ende. Weil ich glaube Union macht ein. Dann habe ich hier 1 zu 2. KI. Guckt ab. 1 zu 2. Und Redaktion sagt sogar Leverkusen zu 0. So. Schick ist my man. Form ist top. Matchup ist ugly. Vogt wird ihn da glaube ich eng bewachen. Aber late könnte ausfallen. Könnte aber auch noch reinrutschen. Das wird wohl eine late Entscheidung. So. Schick wird hier in jedem Fall einen einschädeln. Und er wird zum Topspiel kommen. Top ist das Stichwort. Ich weiter oben. 80 Punkte habe ich hier schon rausgeknallt. So. Dann kommt die Redaktion. 77 knapp hinter mir. Letzten Spieltag geholt tatsächlich. Mit 10 Punkten. Das war richtig gut. Da grüße ich mal in die Redaktion. Habt ihr top gemacht. Und Ligaanzlei KI. 74. Also alles eng beieinander. Auch die KI hat sich berappelt. Und entsprechend wird das hier. Muss ich hier vollen Fokus bewahren. Und auch entsprechend habe ich meinen Tipps heute so ausgerichtet. Flutlicht. Flutlicht. 30. Geile Nummer. BVB versus Bayern. Wer da nicht einschaltet, ist selber schuld. Alles zum Topspiel. Habe ich euch geliefert. Im Topspielcheck. Den packe ich euch am Ende des Videos nochmal rein. Schaut da gerne mal rein. Richtig cooles Video. Und wie BVB Bayern schlagen kann. Das habe ich euch da auch erzählt. Dribbling und der Konter. Die könnten hier gut stechen. Bayern aber sieben Siege. Wettbewerbsübergreifend. Alles auch zu null. Das ist so, wenn du im Casino sitzt. Da kommt siebenmal rot. Dann setze ich auch ein achtes Mal auf. Rot. Das mache ich auch hier. Ich gehe hier auf die Bayern. Ich glaube es wird torreich. Ich kann mir das J7. Hat einen ganz coolen Kommentar geliefert. Wie er das Spiel sieht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dass Gittens auf jeden Fall vielleicht mal einen reinzieht. Und in die Maschen haut. Gegen Neuer. Den Old Man. Aber ich glaube am Ende sind die Bayern dann doch individuell einen Tick besser besetzt. Und auch Kane ist in einer absoluten Monsterform. Ich gehe mit dem 3-2. Ich glaube auch Kimmich wird ein ganz entscheidender Mann des Spiels. Der wird das Spiel kontrollieren. Und auch neben ihm sein Mann. Das ist nämlich auch mein Pick. Zu dem kommen wir gleich. L.I.K.I. noch ganz schnell. 1-2. Und Redaktion. Ui. Die sagt sogar. Das geht hier alles lokomotive Richtung die Bayern. So. All Bayern. Ich sage. Spieler. Habe ich euch gerade schon gesagt. Wer ist der Mann daneben? Kimmich. Leon. An der Seite von ihm. Und das ist ein bisschen Retro-Style. Weil die haben natürlich letzte Saison auch viel zusammengezockt. Deswegen finde ich das ganz geil. Weil das Kompanie die irgendwie wieder verbindet. Und zusammen paart. Finde ich ganz geil. Und Leon auch mit einem richtigen Traumpass da. Zucker gegen Augsburg zum 3-0. Und dann pflückt Kane den da mit der Fußspitze da. Auf 3 Meter pflückt er das schön runter. Und haut den in die Maschen. Leon spielt sich gerade richtig in den Rausch. Und der ist auch noch überall günstig zu haben. Das ist hier mein Mann des Spiels. So. Sonntag geht es nach Mainz. Die bekommen die TSG geliefert. Und ja. Das ist ganz wild hier. Das zu prognostizieren. Das tue ich mich auch ganz schwer. Ich sehe auf jeden Fall Ilsa mit einer feuerformierten Mannschaft. Hinten aber noch durchlässig. Deswegen das alles ganz roh gerade. Wir müssen auch noch ein bisschen mehr Sample-Size sehen. Ein bisschen mehr Hoffenheim-Spiele. Und auch wie sich das jetzt so entwickelt. Auch natürlich unter Ilsa. Ich denke Ziel für Ilsa ist auf jeden Fall hinten den Riegel vorzuschieben. Mit der Innenverteidigung Chavez und Nzoki. Die sind noch nicht so richtig eingespielt da vielleicht. Die sind ja auch ganz neu aufgeboten da in der Kombi. Akpogu machen wir jetzt hier noch als Backup drin für Nzoki. Der dem einen oder anderen da auch nicht so gut gefiel. Man muss aber sagen Hoffenheim war fleißig gegen die Leipzig. Habe ich mir nochmal angeguckt. Mehr Laufleistung. Mehr gewonnene Zweikämpfe. Und auch mehr gefährliche Szenen rausgespielt. Ja, das muss man mal konstatieren. Mainz muss man aber auch konstatieren. Die sind im Flow. Die werden da voll gegenhalten. Und mit einem geilen Spiel in the back gegen Kiel. Zu Hause gegen Dortmund. Die haben sich auch weggeputzt. Und ich glaube Ilsa bekommt auch seine erste Niederlage. 2 zu 1 hier. Ganz knapp pro. Mainz sag ich LIKI. Geht mit mir. 2 zu 1. Und Redaktion sogar 2 zu 2. Nach dem Hacking-Zauber hier mit Ilsa Pusch. So, mein Mann. Lame. I know. So, aber Amiri. Er ist es. Die Entwicklung ist einfach phänomenal. Auch wenn du siehst, so wie der gegen Kiel auch die Strippen zieht. Gerade so Umschaltspiel. Dann auch immer so dieser Pre-Assist. So dieser gefährliche Pass. So, der dann die gefährliche Szene auch einleitet. Gefällt mir da mega gut. Und im Bereich Fernschüsse. Da war er letzte Saison schon das Nullplusultra. Und den Bereich führt er auch schon in dieser Saison an. Meisten Fernschüsse der Liga abgefeuert. Das ist Nadiem Amiri. Deswegen super wichtig. Und da einfach der Mann in Mainz. Und auch der Mann für mich für das Spiel gegen Hoffenheim. So, letztes Spiel. Heidenheim gegen Frankfurt. Heidenheim ist hier Drawing Dead. Das sage ich hier schon mal vorab. Das haben wir schon in den Teamchecks early predicted. Zur Saisonvorbereitung. Und das wird langsam true. Kleindienst, Dingchi und Beste. Da fehlt dann wirklich einer zu viel. Und das kannst du über 34 Spieltage. Kannst du das einfach dann nicht so 1 zu 1 ersetzen. Conference League hast du dann auch noch on top. Da stehst du gut da. Aber auch da kassierst du jetzt mal die erste Pleite gut gegen Chelsea. Ist halt auch Chelsea. Also, jetzt kommen die Frankfurter Büffel. Acht Spiele habe ich mir angeschaut. In Serie ungeschlagen. Halleluja. Und die sind wirklich voll im Flow. Und das bleiben sie hier auch. Chance nach Konter. Ist die viertmeisten zugelassen gegen die drittbesten. Also hier Konter sehe ich auf jeden Fall in Play für die Frankfurter. Und auch Dribbling haben wir mal das drittschwächste Team gegen das drittbeste Team. Die Frankfurter Dribbelbüffel. Da gehe ich mal All Frankfurt hier 1 zu 2. LIKI ist halt eine Maschine. Deswegen auch da 1 zu 1 hat sie irgendwie was falsch berechnet vielleicht. Und die Redaktion geht mit mir. Mit dem Büffeln. 0 zu 2. So. Und mein Wühler. Gestern wieder am Elfmeterpunkt. Ganz cool gewesen. Die Bewegung hat er mitgebracht. Er ist einfach der Mann gerade. Oma Mamouche. Und der holt sich auch wieder seinen Scoring Boost in der Bundesliga. Unstoppable. So ihr Lieben. Knallt mir mal schön in die Kommentare. Was sagt ihr denn zum Topspiel? Da will ich nochmal mehr Tipps lesen. Haben wir schon ein paar gehabt. Und ansonsten. Wer ist euer Spieler des Wochenendes? Und damit gehen wir rein in den Spieltag. Ich wünsche euch auf jeden Fall fette, fette Punkte. Und ein geiles Wochenende. Tschüss.